AHHHHH Moin Leute, ich würde euch heute kurz bevor das Video beginnt gerne ein Handy Spiel vorstellen. Ich bitte euch kurz dran zu bleiben, da ihr am Ende der Werbung auch noch die Möglichkeit habt, 25€ V-Bugs zu bekommen. The Great Shadow Legends ist ein brandneues Sammel-RPG Spiel, welches die Handyspielwelt momentan einfach erobert. Über 10 Millionen Spiele hat das Spiel nach nur 3 Monaten. Ich finde, Wait hat eine sehr beeindruckende Grafik und auch für ein Handyspiel ein sehr cooles Und auch stattdessen. Strategisches Spielerlebnis. Ja, cool animierte Boss-Fights und eine sehr interessante Story. Man kann über 400 verschiedene Charaktere sammeln, welche man dann noch individuell anpassen kann, je nachdem wie man Bock hat. Ich finde, dass die Champions sehr cool und detailreich gestaltet sind. Ich meine, schaut euch einfach nur diese paar Charaktere an und dessen Details. Besonders cool finde ich ebenfalls das Weight für jede Art von Spielern, was ihr dabei habt. Ganz egal, ob ihr eher die PvP-Battler seid in Arenen oder ob ihr PvE in verschiedenen Rates vorzugt, beziehungsweise Boss-Fights. Ich persönlich finde, dass das Spiel ein Einzelhandyspiel ist und macht auch echt Spaß zu spielen. Falls ihr nicht glaubt, ich meine, schaut euch die über 200.000 Rezensionen im App Store an und dazu wird Weight auch noch ein perfektes Rating im Play Store. So, wenn ihr euch Raid über die Links ganz oben in der Videobeschreibung runterladet, kriegt ihr 50.000 Silber im Spiel, einen epischen Charakter und einen 90-Tage-Loggin-Bonus. Außerdem unterstützt ihr mich natürlich. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Wir verlosen 25 Euro V-Bucks. Um mitzumachen, müsst ihr euch, tja, wer hätte es geglaubt, einfach nur Raid über die Links in der Beschreibung runterladen. Es ist wichtig, dass ihr Raid bis zum 31. installiert behaltet, da der Gewinner des Gewinnspieles über das Postfach in Raid kontaktiert wird. So, ich wünsche euch allen viel Glück und viel Spaß mit dem Video. Ja, ist doch 60, oder? Muss kein, muss kein Vierfachle, muss kein... You're too beautiful girl! Samma halt doch die Fresse. Alter, was war das denn? Alter. Das war halt dein Mod. Nein, das war kein Mod. Ich will die richtig schön snibbeln. Ah! Was war das denn? Alter, war so ein Hänger. Hinter mir, Marcel! Oh! Schnell, Marcel! Marcel, Marcel, Marcel! Ich sprinte wie eine Gazelle. Das ist auch sch... Ach, Hals, Maul. Ach! Ne! Niemals! Da wirft er mir die Granate, nachdem die fünfmal bount, in den Hals! Halt deine Fresse, Marcel! Halt deine Fresse! Ich, was war das, was war das? Du hast ein Doublekill mit der Trap gemacht gerade. Weil die beide nicht reingesprungen sind. Hals, Maul. Romata, guck deinen Stream. Mein Spruch. Ich hab den... Du hast den, okay. Puh. Ach du Scheiße! Ich hab die Raketen für dich. Gib mal bitte. Ne! Hier oben ist einer drinne bei mir. Da, ne. Sorry. Das war der geilste Kill ever. Hab ich ihn mit dem Mist? Oh mein Gott! Ich brauch Raketen. What the fuck? Well played. Ein richtig guter Spieler. Krass. Null Kills, erster Platz. Das ist ja... Das ist ja... Ich bin sprachlos. Sehr gut, krass. Also das ist... So, finde ich, sollte... Dann... Ein Europameister aussehen. Spektakulär. Ein wahres Fest. Für alle Zuschauer. Ich hab einen Puls von 200. Das war ja mal... Alle mal Hype in den Chat. Das... Das geht ja richtig ab. Das krieg ich mir den ganzen Tag angucken. Sagt aufstehen. Und man sagt springen. Und man sagt ducken. Aufstehen. Oh, nein! Ey, ich hab Autoheim auf den Falschen bekommen. Du bist so durch bei ihm. Digga, es tut mir so leid. Maus. Void, Alter. What the fuck? Alright. Digga, mein Autoheim ist so abgegangen gerade. Wie willst du da fail? Äh, aufstehen! Was ist das? Alter, was ist das? Sehr gut. Sehr gut. Hier haben wir die gereworkten Montestandings. Isar 0, Lico 2. Sehr gut. Wir haben ja gut einen Gag vorbereitet. Haben wir nicht mit gerechnet. Ich dachte, Digga, was ist das denn? Mega gut. Sehr detailreich. Hier auch noch mit einem Try-Logo. Hier auch noch. Auf den Finger. Sehr gut. Was denkst du von dir? Was? LOL! Hä? Was passiert? Hätte ich gesnarcht. Nein! Ich bin raus! Ah, das ist ein Disconnect. You were removed from the match to your IP. Was? Was? Boah, das ist ärgerlich. Niki am Hacken. Ja, ja, was? Wurdest du gebannt? Genau das war bei eben Humpty auch, schreibt einer. Hä? Du wurdest gebannt, Junge. You were removed from the match to your IP VPN machine or cheap. Ich hab nur ne Stryfer. Hier sind keine Autos, irgendwie. Der eine fährt mir ne Auto zu dir, Max. Und bei mir ist auch einer. Kann der kein Auto chanken? Och ne? Bin so down. Ich mach mal das Auto kaputt, ich trotter. Kein Schuss mehr. Ich würde jetzt eigentlich sagen, im besten Händen, aber das überlege ich mir kurz weiter. Oh Gott, Hori, du bist ja völlig... Siehst du die Gegner, siehst du die Gegner? Ja, die sind bei mir. Hast du den grad abgeschossen? Ja, mach ich immer. Hast du den grad abgeschossen? Alter, Big Spin! Guck's dir im Stream an. Oh mein Gott, Mann. Big Spin. Oh, Max. Hinter mir kam. Big Spin, das war... Oh mein Gott, guck dir das an. Reweif mich. Das ist easy. Oh Gott. Alter, du hast ja Aim, ne? Ja, so viel dazu. War gut, war ne Pflanze. Kann man jetzt machen, ne? Oh, du bist down. Einer ist da. Oh, du hast Aim. Alter, du hast nur ne Sniper und machst da so'n Move draus. Was sagst du zu dir selber dazu? Oh, Dig, ich bin grad ein bisschen angespannt. Na, Bruder, jetzt wird's witzig. Alter, ist das normal, dass du das machst? Nee, bei mir ist einer 4-E-Ball. Oh, nee, das ist nicht normal, du. Das ist nicht normal, absolut nicht. Ich hab dich voll drauf, Mann. Aber wir handeln das einfach... Alter, ist noch ein Gegner wie Lucky. Alter, wie spielt der? Leute, das ist ein Controller-Spieler, ne? Halt's Maul! Nee! Nee! Alter, der Squad spielt nie wieder zusammen. Die spielen nie wieder zusammen. Ist das jedes Mal so'n Boost nochmal zusätzlich für diese Solo-Gegen... What the fuck? Nee! Nee! Das ist verarschend. Das ist... Kann das... Das kann nicht sein. Wir sind hier in eines der epischsten Games überhaupt. Und Isa hat den abgefucktesten Grafik-Bug aller Zeiten. So, wir gehen in die nächste Runde. Top 16 sind wir noch. Das ist das Achtelfinale dann, ne? Wenn 16 Leute noch drin sind, ist es das Achtelfinale. Immer 16 durch 2 ist 8. Achtelfinale. Wenn noch 8 drin sind... 8 durch 2 sind 4. Viertelfinale. Wenn noch 4 drin sind... 4 durch 2 sind 2. Zweitelfinale. Wenn noch 2 drin sind... 2 durch 2 ist 1. Das ist dann das Finale. Damn! Mega-OP ausgerechnet. Oh, oh, nein! Komm raus. Hä, was machst du denn? Komm doch her! Das ist so schlecht. Das ist das Zinnige. Sind die alle tot? Weiß ich nicht. Ja, jetzt war der letzte, der getötet ist. Wow. Echt, Freunde? Du hast mit mehr Leben wieder da. Guck mal, ich hole dich jetzt wieder, bist du mit 100 Leben da. Okay? Das waren 200 IQ-Move. Ja? War es halt wirklich. Nein, war es halt wirklich. Gut, Age. Weiß ich nicht. Geiß ich nicht. Ja? Bis zum nächsten Mal.